Hallo Leute, da sind wir wieder, Dragon's Dogma Dark Arisen. Wir hatten uns die Vasallen geholt. Wir haben noch Rock behalten, der hat noch Level 6. Und hier unsere Hauptvasalle ist Jack. Und da haben wir Asamil, ich glaube das ist auch eine Kriegerin, die ich da mitgenommen habe. Und wir sind jetzt hier... Da wartet einer auf uns, genau, wir haben hier gewartet, weil der will was von uns. Ah, ein Meister und sein Vasallen, nicht wahr? So ist es. Nicht nur fast unbezwingbar, wir werden unbezwingbar sein, glaub's mir, mein Freund. Weißt du, es ist dunkel, können wir das am helllichen Tag machen? Ich mein ja nur. Ich könnte behilflich sein, wenn ihr es wünscht, ja, ich weiß nicht so genau. Der lässt einem ja keine Wahl, ne, wir stehen ja augenblicklich sofort hier in diesem Ding. Jetzt wollen wir mal hier schnell unsere Laterne nehmen. Ich gehe mit meiner Laterne, weil das ist mir ja alles so dunkel, mach mal Licht an. Okay, dann wollen wir diese Quest dann hinter uns bringen. Oh Gott, so ansprechen. Ja, ich bin bereit, dann los. Ich bin ein harter Lehrmeister. Ja, wenn du meinst, ich bin viel härter, hast du eine Ahnung. Drei Übungsgruppen. Okay. Hier braucht ihr mehr als Muskeln, okay. Dann solltet ihr eure Gruppe überdenken. Meine Gruppe ist gut so, wie sie ist. Hier sind noch andere Vasallen. Ich habe vier, drei Vasallen bei mir. Es passt, Lasten zu tragen. Okay. Ich habe meine Vasallen. Okay, ich bin bereit. Your task is to haul all of the Freight before my count ends. Okay. Okay. Ja, ja, nun mache. Speicher ein bisschen schneller. Die Zeit läuft doch. Speichervorgang ist beendet. Okay, da oben. Da oben. Und ich glaube auf den hinteren, ne? Genau. Okay, also wir haben vier Kisten. Wir sind zu vier. Das schaffen wir. In das runde Ding da. Okay. Also los. Hoppa, hoppa, hopp. Nimm das Ding und hopp. Nananananana. So. So, so. Ja, ja, wir haben's doch. Haben wir's? Ja. Genug, ja. Gut gemacht. Hast du eine Ahnung? Ich werde der beste Schurke und Bogenschütze sein, den du dir vorstellen kannst. Los. Ich trete gegen meine Vogelscheuchen-Armee. Okay. Okay. Ja, ich bin bereit. Alle Vogelscheuchen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ja, du brauchst jetzt nichts. Ach, scheiße. So, los. Ähm, da oben. So, ähm. Oh Gott. Das ist jetzt doof. Da oben ist auch noch, glaube ich, eine, oder? Ja. Haben wir's? Okay, gut. Das war... Im Dunkeln sieht man das so schlecht. Haben wir's geschafft? Gut gemacht. Okay. 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 Unterschiedliche. Zwei Arten. Stahl. Und die andere Magie. Und die andere Magie. Scheitern. Ja, ist gut. Ich bin bereit. Also, da weiß ich's nie. Ich hab's ja auch immer, ähm... Komm hier. Okay. Das wird ja nix hier. Ach, scheiße. Dann hau ich hier mit dem... ...dolten drauf. So. Komm mal, hopper. Ja, ist ja gut. Ah. Haben wir noch eine? Da hinten steht noch eine. Komm, noch eine. Ah. Hamas. Hamas. Ups. Mist, verdammt. Ah, so schnell hat es noch niemand geschafft. Gut. Ha, das freut mich. Gut gemacht. Wichtiges, gut gefehlte Gefährten. Alles Übrige lernt ihr im echten Kampf. Habt ihr Schwierigkeiten, überprüft die Gruppe. Okay. Wenn eure Kampfstrategien nicht fruchten, dann ändert die Zusammensetzung. Ne, das passt schon so. Habt ihr ja gesehen. Du hast was gelernt? Jack, du hast auch was gelernt? Das freut mich. Na, dann gehen wir raus hier. Ey, es ist voll dunkel. Wir sind Stufe 4 und... Ähm. Ich mag im Dunkeln nicht laufen. Ich sehe doch nix. Gucken wir mal hier. Vom Jäger zum... Ja, zehn Wölfe. Da kommen wir sowieso dran vorbei. Die nehmen wir noch mit. So. Ich sehe hier überhaupt nix. Wir gehen mal kurz hier raus. Weil jetzt ist nämlich... Oder kommt das erst nach? Jetzt müssen wir gucken. Mal schauen. Ein neuer Bereich wurde freigeschaltet. Besuch den Dorf hier von Kasades bei Nacht, um mehr zu fahren. Ah, das ist ja hier dieses Dark Arisen. Der Zusatz. Also, äh, unter Level 50, 60 Brauchten wir da gar nicht hingehen. Also, ich hab selbst mit Level 140 noch meine Schwierigkeiten in dieser, äh... In diesem DLC. Das ist doch, äh... Sehr, sehr hardcore gewesen. So. Jetzt komm ich nochmal schnell zu dir. Weil ich bräuchte eigentlich... Du planst eine Weile hier zu bleiben. Das ist schön. Hast du... Hast du... Sprengpfeile? Ich will Sprengpfeile haben. Was hast du denn hier Neues? Schlangenhaut. Spinnengift. Hö, will kein Mensch haben. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was aus was man, ähm... Ach, weil wir ein bisschen weiter sehen. Jetzt gucken wir mal hier. Schultermantel. Ja, der hat ein bisschen mehr. Nee, dafür kauft man den jetzt aber nicht. Wir werden viele Sachen finden. Arbeitshosen. Arbeitshosen. Das ist aber schon alles ein bisschen stärker als diese komischen Lumpen, die wir da anhaben, oder? Handhosen. Leder verstärkte. Die hat 6%. Also die hier würde ich schon mal, äh... kaufen wollen. Was haben wir denn hier noch? Nein. Aber unserem, ähm... Check. Du könntest ein bisschen... Oh, ist aber schlechter. Ist alles schlechter. Weil der ist ja unser Tank, der muss ja ein bisschen was anhaben, was ein bisschen... Ne? Ja, nee, ist aber nicht so. Warte mal. Wie sieht's denn damit aus? 630, 100 Euro. 3000. Aber das geben wir ihm mal. Das kaufen wir ihm mal. So. Ellenbogen schützen. Der muss hier mal ein bisschen was anhaben. Novizenarm-Schienen, magische Abwehr und Abwehr. Wir geben ihm mal hier das Ding. So. Und jetzt kriegt er... Und jetzt kriegt er... Ups. Ja, immer. Also Heilergewand nicht. Was haben wir hier? Hanisch. Brustpanzer. Könntest du erstmal irgendwas ordentliches da unten drunter anziehen? Das schaut sehr komisch aus. Das ist was für Frauen. Das Hemd sieht komisch aus. Das schaut auch irgendwie so seltsam aus, oder? Seht ihr das? Das sieht seltsam aus. Ich ziehe ihm mal das Ding hier an. Ja, ich weiß auch nicht. Wir laufen auch rum wie so ein... Och, nee. Das Lederkäppchen, das setzen wir uns nicht auf. Aber gucken wir mal, ob wir für Jack noch eine bessere Klinge haben. Äh, Feenklinge, das ist ja... Ist für Krieger, okay. Da weiß ich jetzt gar nicht, was er gerade hat dran. Nee, das muss noch warten, das machen wir nicht. Okay. Wir kaufen das. Ja. Wir wechseln mal ganz fix die Ausrüstung. Ähm, bei mir habe ich jetzt nichts... Für mich habe ich, glaube ich, nichts gekauft, ne? Leder verstärkte Hose, doch. Die rüsten wir mal aus. Die hat er unten drunter. So. So, Jack, haben wir den gekauft. Das macht schon ein bisschen was aus. Nimm mal. Haben wir ihm eine Hose gekauft? Nein, haben wir nicht, aber ist egal. Das bekommt er aber. So. Und das Leinenhemd ist auch besser. Sieht jetzt zwar noch ein bisschen... nicht aus wie so ein Hardcore-Krieger, aber das hilft nichts. Ich hätte doch die Feenklinge holen sollen. Und was hat er hier? Ein Rundschild. Okay, nee, dann kriegt er auf alle Fälle noch das, ähm, das andere Schild und, ähm, gibt mal hierher, hier. Wo ist denn das Rüstungszeug? Da kriegt er auf alle Fälle das da. Wir werden noch so viel Geld bekommen, dass wir das jetzt hier noch kaufen. Ja, das, gib ihm das mal. Ja, das ist doof. Der muss ja wenigstens ein bisschen... Ist nicht viel, seht ihr ja, aber... Das muss jetzt mal sein, so. Ich werde dann auch zukünftig, werde ich mich das, äh... Da werde ich dann das offline machen. Verkaufen, komm her. Ja, in Zukunft werde ich das dann, ähm, offline machen mit dem Zeug hier. Ey, den Sonnenglanz müssen wir noch abgeben, ne? Ja, das können wir das schon alles noch machen. Okay, ich hab hier nix. Jack, du kannst deinen alten Müll verkaufen. Ja. Weg damit. Und hier da das komische alte... Eisenschwertzeug. Sonst hast du gar nix. Okay. Und... Oh, du hast wahrscheinlich auch nichts gesammelt. Grenzeskraut, das nehm ich dir später noch ab. Und hier die kleine, ja sowieso auch nicht. Okay. Dann haben wir das erledigt. Zapzrap. Okay. Macht ihr da die Kisten kaputt? Beruhigt euch. Na, mein hübscher Blondling. Gut. Ich würde aber sagen... Wir machen mal hier kurz, äh... Was ist denn jetzt, äh? Was bist denn du? Du schaust eklig aus. Ja, muss auch mal gesagt werden, oder? Ich habe keine Sprengpfeile, oder? Ich habe gar keine Pfeile. Das ist nicht gut. Für das, was jetzt ist, das würde ich eigentlich gerne Sprengpfeile benutzen. Okay, komm her. Wir machen mal, sonst kommen wir nicht vorwärts hier mit der Quest. Äh, hallo? Ich bin Mercedes. Mercedes. Ah ja, okay. Ich habe wahrscheinlich mehr Macht als du, Mädchen. Ich habe Pfeile, um die Sprengpfeile zu nehmen und mich selbst kämpfen. Aber sie sind ein klumpierer Typ. Dann hast du keine Führungsqualitäten. Das ist kein Plumperhaufen. Sag mal. Ich kann sie nicht in diese Welt, wie du, wie du, doch. Sie werden sie von ihnen verheiratet. Mhm, okay. Welche Form der Magie lässt du ihnen so zu beantworten? Das erzähle ich dir nicht. Well, das ist nicht wichtig. Genau. Was willst du denn? Der Dagon ist gekommen. Da hast du Schienenbecken. Ich willkommen keine Hilfe. Be es Porn, Arisen, Farmer oder Fischwaffe. Eine Gewitterziege ist dir auch recht. Na, prima. Ach, wir lieben nutzen. Habt ihr eine Rast nötig? Ja, ich will rasten. Ohne Erhöhlung kann. So schaut's aus. Ach. Was ist denn jetzt los? Ich wollte rasten. Was macht ihr Idioten denn? Was denn jetzt, Sir? Immer dieser Stress. Die ist geweckt von mir. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist eine gottverdammte Hydra. Geht weg von mir. Lasst mich was tun. Ähm, hallo. Ähm, wir brauchen ein, ein Fass. Ein, 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 ein. Oh. Haben wir hier ein, ein Fass? Ach, guck. Oh. Wir brauchen ein, 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 ein Fass. Ich bin außer Booster. Wollt ihr mich verarschen? Oh, scheiße. Ah. Oh Gott. Es gab hier ein, 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 ein Fass. Wir machen mal hier Hilfe. Fakt sie am Hals. Ach, okay. Muss ich das jetzt wirklich machen? Ich hab Angst. Ähm, Hoppa. Hoch mit dir. Hoch. Hoch, 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 oh mein Junge. So, und jetzt hau den Kopf kaputt. Wo bist du denn? Hier. Und jetzt her. Ah, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Festhalten. Ha. Huh. Na, das. Eigentlich. Jetzt haut sie. Oh. Gott. Das Zeichen haben wir vorhin schon mal gesehen. Könnt ihr euch erinnern? Bei dem Zyklopen. Das andere große Ding, was da draußen war. Ja, ich auch. Oh, verdammt. Ist das dein Handwerk? Aber wahr? Oh, was macht die hier? Genau, was macht die hier? Ich brauche keinen echten Titel. Ich habe schon den höchsten Titel, den es gibt. Kannst du mal sehen. Schön, dass du beeindruckt bist. In any case, the Duke will want to know of this attack. Ich hatte eine größere Streitmacht gehofft. Aber Hydra's Head und die Orison, die es erwähnt hat, macht die Differenzampli. Ich kann nicht sagen, was das Vergangenheit zu halten. Ihr braucht eure Kraft. Es wird langsam vorauskommen. Ihr werdet sicher keine Mühe haben. Nein, jetzt nicht. Nein, 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 jetzt nicht. Ja, ich habe zu tun. Kannst du mal sehen, Mercedes. Zerträgt. Stell dich nicht so an, konservier sie. So. Das ist schön, dass ihr was gelernt habt. Wir sind alle geheilt. Jack ist Stufe 6. Wir werden aber erst mal... Wenn wir das jetzt nicht machen, ist das später nicht mehr möglich. So viel kann ich euch sagen. Also müssen wir jetzt hier was tun. Denn das wollen wir doch nicht, oder? Und so schnell verrottet dieses komische Ding auch nicht. Die soll sich nicht so anstellen. Ups. Hast du es von deinem Posten aus gesehen? Das war eine Hydra, mein Freund. Sie wurde dann dispatched. Danke, der Schaffer. Halt einen Moment. Ist Kina nicht mit dir? Nein. Kina ist nicht bei mir. Warum sollte sie bei mir sein? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wo Kina hingegangen ist. Wo ist sie richtig? Genau. Wobei, wenn wir das jetzt hier nicht machen, dann ist Kina für das ganze Spiel weg. Also die stirbt dann. Und das wollen wir ja nicht. Denn ich finde, ich möchte eine Romanze mit Kina haben. Also am Ende möchte ich Kina gerne an meiner Seite haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wie gesagt, ich habe das bis jetzt erst einmal geschafft. Aber wir können jetzt gleich noch, wir wollen ja eh noch diese Dinge abgeben. Mach mal die Lampe da aus. So. Verwaren. Das Öl, wir müssen sparsam sein. Ich würde sagen, ich laufe bis zum Dorf und beim nächsten Mal sehen wir uns dann im Dorf wieder, ne? Jack, was hast du denn gemacht? Ich sage, danke fürs Zuschauen. Und dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Hydra und mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Emeril 70. Bye, bye.